Moin Leute, die Coop mit Borderlands 3 ist gestartet und wir müssen das Auge von Claptrap finden. Ich zeige euch genau wo es ist. Dazu müsst ihr natürlich hier in den neuen Rift Bereich rein. Alles in schöner Borderlands Optik. So und hier hinten im Haus liegt auch schon das Auge, sammelt ihr schnell ein. Ich glaube hier sind einige unterwegs, die das auch vorher haben. Ein Glück, ich werde die ganze Zeit angeschossen. Aber wenn man hier 4 Sekunden keinen Schuss abbekommt, lädt man auf jeden Fall relativ schnell das Schild wieder auf. So und ich zeige euch direkt wo ihr das Auge abliefern müsst. Da vorne am Schild steht schon Claptrap bereit. Winkt hier schon. Und ihr habt die Aufgabe fertig. Ich hoffe euch konnte ich mit dem Video helfen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Obito. Ciao, ciao. förenütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt